Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie, die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Okay. Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Halte dich fern. Das war's für heute. Das war's für heute.